Bitte nacht! Äh, danke, aber ich brauche keine Hilfe. Der Club ist sicher toll, aber ich bin ein Naturtalent. Mit Pflanzen kenne ich mich aus. Ich brauche keinen Club. Vielleicht brauche ich nur ein paar Gartengeräte. Hm? Wo sind denn alle Geräte hin? Luna-Motten. Dann hat sie Luna-Girl. Wozu braucht sie Gartengeräte? Sie geht doch nur nachts raus. Und Pflanzen wachsen nicht im Dunkeln. Seht ihr, ich kenne mich doch gut aus. Was auch immer sie vorhat, es verheißt nichts Gutes. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Oilette! Ja! Greg wird zu... Deko! Ja! 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 Luna-Girl befindet sich irgendwo in der Stadt mit ganz vielen Gartengeräten. Aber wo? Hm, ein Rasen wäre perfekt zum Gärtnern. Im Park! Zum Eulengleiter! Okay, Luna-Girl, wo bist du? Eulenaugen! Ähm, Eulets! Da vorne! Wow! Was ist denn das? Keine Ahnung, aber die würde ich sicher nicht in meinen Garten pflanzen. Und da ist Luna-Girl! Luna-Girl, was hast du getan? Gefällt euch meine Mondblume nicht? Übrigens benötige ich eure Gartengeräte nicht mehr. Wie sich herausgestellt hat, braucht meine Mondblume nur eine gesunde Dosis nächtlicher Mondstrahlen. Wow, das ist aber eine unheimliche Blume. Eine? Ha! Es wird noch viel unheimlicher. Wartet ab, bis die hier aufgeht und hunderte von Samen herausplatzen. Und jeder Samen landet auf dem Boden und wird zu einer neuen Blume und... Ja, und jede dieser Blumen verstreut noch mehr Samen. Aus denen wachsen wieder Blumen. Hey! Und wessen Plan ist das? Bald wachsen hier so viele Mondblumen, dass kein Platz mehr für andere Blumen sein wird. Ha, 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 ha! Wir müssen dieses Unkraut bekämpfen, bevor es den ganzen Planeten übersät. Hm, was haben wir in unserem Gärtnerclub gelernt zum Thema großes, hässliches Unkraut? Ausgraben heißt die Devise. Ganz einfach. Nein, warte. Großes Unkraut hat auch starke Wurzeln. Und die müssen dann alle raus. Wenn nur eine Wurzel übrig bleibt, entsteht daraus eine neue Mondblume. Dann eben alle gleichzeitig. Das ist Gartenarbeit nach Eulettes Geschmack. Oh, ah! Flatternde Federn! Ein PJ Mask hat sich verheddert. Fehlen nur noch zwei. Super Katzen-Tempo! Super Gekko-Muskel! Hey! Ich hab eine Idee. Das Teil wächst doch im Dunkeln, oder? Vielleicht mag es ja kein Licht. Wenn wir den Lichtstrahl des Eulengleiters darauf richten, schrumpft es vielleicht. Warte, was ist mit meiner Ausgrab-Idee? Ich kenn mich auch mit Gartenarbeit aus. Schon vergessen? Das mit dem Ausgraben hat nicht wirklich funktioniert. Vielleicht nicht mit der Schaufel, aber wie wär's mit den Eulengleiter-Krallen? Ich umkreise sie und grab sie dabei aus. Und halte mich diesmal von diesen klebrigen Fangarmen fern. Und jetzt wird gebuddelt. Sieh an! Zeit für PJ Unkrautvernichtung! Oh, ich hänge fest! Schon wieder! So ein Pech aber auch! Flatternde Federn! Ich hab dich! Super Gekko-Muskel! Ah! Lass meine Freunde in Ruhe, Luna Girl! Hey! Holt mir meinen Mondmagneten! Fast geschafft! Das glaube ich nicht, Eidechsenfuß! Gekko, Vorsicht! Hey! Ah! Hahaha! Mach schon, Mondblume! Wachse! Und lass deine Samen frei, damit hier kein Platz mehr für andere Blumen und dergleichen ist! Also graben funktioniert definitiv nicht! Sieht so aus! Hey! Was würde wohl passieren, wenn wir sie gießen? Gießen? Aber davon wachsen Pflanzen doch! Schon vergessen? Das ist keine Pflanze, nur ein seltsames Mondgewächs! Wenn wir es gießen, schrumpft es vielleicht... Moment mal! Dieser Schlauch bringt mich auf eine Idee! Wir könnten mit dem Schlauch ein Lasso bilden und die Pflanze dann runterziehen! Eulette, also ich weiß nicht so recht... Lasst es mich einfach versuchen! Ich weiß ja, dass ich nicht in eurem Club war, aber ich kenne mich trotzdem mit Gartenarbeit aus! Eulette, warte! Hä? So, und jetzt muss ich nur noch... Ziehen! Ah! Halte Luna Girl auf, Catboy! Gekko! Die Matten! Huch! 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 Die Samen, sie werden rausgeschleudert und das ist alles meine Schuld! So ein Pech, ihr Pyjama-Plagegeister! Ha 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 ha! Gekka na Gekko! Gekko! Sie wachsen! Überall! Luna Girl bekommt bald ihren Mondgarten! Er wird die Stadt überwuchern und alle anderen Pflanzen vernichten! Ohne euch hätte ich das nie geschafft! Ha 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 ha! Sie hat recht! Ich hätte euch um Hilfe bitten sollen! Aber ich wollte euch beweisen, dass ich mich mit Gärtnern auskenne, obwohl ich nicht in diesem Club war! Ist okay, Eulette! Habt ihr jetzt irgendwelche Ideen? Ich bin ganz ohr! Ich versprechs! Was können wir tun? Was können wir tun? Diese Samen sind überall! Oh! Sie fliegen dahin, wo der Wincy hinträgt! Moment! Das ist eine tolle Idee, Gekko! Wohin der Wincy trägt! Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Wincy in die richtige Richtung weht! Ich weiß, was wir tun! Aber ich brauche so viel gärtnerische Unterstützung wie möglich! Und was hast du vor? Kommt mit! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Bereit, Gekko? Es wird Zeit für unsere Operation Unkrautwind! Bereit, Catboy? Bereit! Hm? Super Eulenflügelwind! Hey, meine Samen! Blödes Unkraut! Ich hab sie! Alle Samen! Ach ja? Dann seht mir zu, wie ich neue wachsen lasse! Und jetzt probieren wir deine Idee aus! Normale Pflanzen lieben viel Licht und Wasser! Aber dieses Mond unkraut vielleicht ja nicht! Yay! Es funktioniert! Nein! Nein! Ah! Hm! Ihr peinlichen Pyjama-Plagegeister! Ich komme wieder! Wir haben es geschafft! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist's jetzt mit der Gefahr! Und der Preis für die beste Sonnenblume geht an... Amaya! Uh, ja! Wow! Ich möchte mich bei Connor und Greg für ihren Blumenrat bedanken! Es ist toll zu wissen, wie viel Wasser und Licht so eine Pflanze braucht! Nein, ehrlich! Das ist auch euer Pokal! Cool! Gewonnen! Eulette, die Meisterpilotin! Ich freue mich schon so auf die Looping-Flugschau heute! Die haben da einen Heißluftballon und ganz viele altmodische Flugzeuge, die durch die Luft fliegen! Genau wie ich! Hey! Wo sind denn die Flugzeuge? Keine Ahnung, gestern Abend standen sie noch flugbereit hier, aber heute Morgen waren sie weg! Es tut uns sehr leid, die Veranstaltung wird abgesagt! Das ist ja furchtbar! Wer klaut denn so viele Flugzeuge? Hier drüben! Schaut euch die kleinen Fußabdrücke an! Die stammen von den Ninja Linos! Nachtninja hat einen großen Fehler gemacht! Niemand überflügelt mich auf einer PJ Masks Mission! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Amaya wird zu Eulett! Ja! Greg wird zu Eko! Ja! Ja! Connor wird zu Catboy! Die PJ Masks Zum Ewingleiter! Gar keiner Gekko! Was war das? Eulenaugen! Nachtninja! Diese Flugzeuge sollten an der Looping-Flugschau teilnehmen, Nachtninja! Wozu denn das? Es kann sie doch niemand so gut fliegen wie ich! Fangt mich, wenn ihr könnt! Keine Sorge, PJ Masks! Selbst mit geschlossenen Augen fliege ich besser als diese Ninjas! Eulengleiter Turbo! Ich verwirre sie mit den Lichtstrahlen, damit sie landen müssen! Gib acht, Eulette! Nachtninja führt immer etwas ganz Gemeines im Schilde! Er hat doch keine Chance gegen eine fantastische Pilotin wie mich! Flugmanöver 77! Jetzt! Aber... Was? Klebegreifer aktivieren! Nein! Eulette! Was ist da los? Keine Ahnung! Ich komm hier nicht vom Fleck! Jetzt nehmen wir unser schwarzen Hirn und ihre Freunde auf einen wilden Ritt mit! Los geht's! Wow! Wow! Sch-sch-sch-sch-schlange! Stopp! Wie meinen, mein schuppiger Freund? Hast du Absturz gesagt? Gut, wie du willst! Zieht die Klebegreifer wieder ab! Ah! Und wieder ein Fluggerät außer Betrieb. Jetzt fehlen nur noch ein paar und dann bin ich der einzige und der beste Pilot am Himmel. Viel besser als du, Spatzenhirn. Was meint er damit, dass er der einzige Pilot am Himmel ist? Vielleicht will er auch den Heißnoffballon von der Flugshow klauen. Und alles andere in der Stadt, das fliegen kann. Eulett, verfolge ihn. Aber der Eulengleiter ist kaputt. Du brauchst den Eulengleiter nicht. Du kannst auch ohne ihn gut fliegen. Ich kann nicht. Wie meinst du das? Ich meine, er ist zu gut. Ich kann nicht so gut fliegen wie er. Was? Du kannst hervorragend fliegen. Dass er den Eulengleiter zerstört hat, ist doch nicht deine Schuld. Ja, und wir helfen dir. Wir bringen den Eulengleiter ins Hauptquartier zurück und dann machen wir einen Ausflug ins Museum. Juhu! Hey, das war gar nicht so schwer. Wie gut, dass dieses alte Flugzeug noch im Museum stand. Cool, hä? Hä? Ihr macht das hervorragend. Ihr werdet Nachtninja schon fangen. Aber du bist doch der PJ-Flugexperte. Also tun wir, was du sagst. Was ich sage, aber... Da sind sie! Sie werden sich den Heißluftballon mit den Klebegreifern schnappen. Okay, Eulett. Wie fliegen wir, um sie aufzuhalten? Äh, na ja... Was sollen wir tun? Nachtninja darf uns nicht noch ein Fluggerät wegnehmen. Ich... Äh... Okay, keine Sorge. Wir versuchen es. Juhu! Los, PJ Masks! Was? Halt auf! Ich weiß nicht, wie! Oh nein! Wow! Hier. Das war der absolute Brüller. Leider kann ich nicht bleiben. Ich muss wegfliegen. Was war denn los, Eulett? Wir hätten dich da oben gebraucht. Es tut mir leid. Nachtninja und die Ninjalinos sind so gut. Habt ihr ihre Manöver nicht gesehen? Sie sind nicht so gut wie du. Und wir können auch nicht so gut fliegen. Du musst uns helfen. Das schaffst du, Eulett. Ganz sicher. Na gut. Eulenaugen. Sie haben das Raumschiffmodell aus dem Museum geklaut. Nachtninja darfst du etwas nicht machen. Also, wie lautet der Plan? Äh, vielleicht könnten wir... Wir könnten? Äh, na ja. Äh, nein, das klappt nicht. Ist schon gut. Wir überlegen uns unterwegs was. Catboy als Zoretto! Catboy, unser Nimmball! Oh nein! Zieh es hoch! Zieh es hoch! Ich versuch's ja! Äh, äh, äh... Uah! Puh, wo sind sie? Da! Wir haben ihn verloren. Er ist so gut im Abdrehen und Abtauchen und in allem. Ich kann da nicht mithalten. Warte! Wo willst du hin? Zum Hauptquartier. Ohne mich seid ihr besser dran. Nein, sind wir nicht. Wir brauchen dich. Du bist die beste Fliegerin, die wir kennen. Wir glauben an dich. Na, wenigstens ihr. Nur du kannst uns das Fliegen beibringen. Wenn du's nicht tust, dann stoppt sich nach. Nimmt euch jedes Fluggefährt in dieser Stadt. Hä? Habt ihr mich vermisst, PJ Masks? Es wird Zeit, noch ein Fluggerät zu klauen. Okay, Eulett, sie kommen direkt auf uns zu. Vielleicht sollten wir uns hinter dem Hauptquartier verstecken und einen Überraschungsangriff starten. Äh, na gut. Dann folgt mir. Sie kommen näher. Ah! Oh nein, kommt zurück! Ah! Der kaputte Eulengleiter muss wohl im Hauptquartier sein. Während diesem Pyjama-Federvieh schwindelig wird, reißen wir das Hauptquartier ein und zerschmettern den Eulengleiter. Für immer! Ah! Kettbewer, nach links! Oh nein, ich meinte, nach rechts! Ah! Dreh um! Ah! Und jetzt retten wir Catboy! Eulett, du bist fantastisch geflogen! Danke! Das war unglaublich, Eulett! Aber jetzt müssen wir Nachtninja aufhalten und du bist die Einzige, die wirklich fliegen kann! Du hast es gerade bewiesen! Ihr habt recht, er kann zwar ganz gut fliegen, aber jetzt werde ich ihm zeigen, worum es beim Fliegen wirklich geht! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Denk schnell nach, Eulett! Sie hängen am Hauptquartier fest! Und das bedeutet... Zieht, zieht, zieht! Ja! Catboy, auf mein Kommando! Nase hoch und Vollgas voraus! Fertig! Zieht! Na endlich! Seid ihr gekommen, um euren kleinen Turm einstürzen zu sehen? Nicht, solange ich fliegen kann! Catboy, behalte Nerven und Flügel unter Kontrolle und folge mir! Wenn ich sage, runter, drückst du den Hebel fest nach vorn! Runter! Schnappt sie euch! Und ganz hoch und quer! Spiral! Kommt nach rechts! Fanzi, Ninjalinos! Jetzt müssen wir die Flugzeuge erwischen! Gecko, wir brauchen deine Superstärke! Catboy, folge mir! Kommt näher und bleibt ruhig! Super-Gecko-Muskel! Bereit zur Landung, fliegender Catboy? Bereit, Käpt'n Eulett! Nächstes Mal kriege ich euch, ihr Pyjama-Plagegeister! Ihr werdet schon sehen! Und jetzt holt mich hier runter, Ninjalinos! Cooles Chameleon! Das war super! Du bist die beste Pilotin aller Zeiten! Wahrscheinlich ist es so! Leute, schaut mal! Da sind all die anderen Fluggeräte! Und? Wir haben noch genug Zeit, sie vor morgen früh zurückzustellen! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist es jetzt mit der Gefahr! Das war abgefahren! Es war nicht übel, aber wenn ich fliegen würde, würde ich ein Looping machen. Und dann eine gedrehte Häschen-Hüpferdrehung, wie diese hier! Eulett und der verschwundene Zug Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, der Maya? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat! Den fliegenden Achterbahnzug! Ich hab gestern die Testfahrt gesehen! Der war so schnell! Das wird sich wie Fliegen anfühlen! Weißt du was? Ich steh auf schnell! Zoom! Zoom! Wow! Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren! Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist! Na los, wir müssen sie auch testen! Hey! Was? Wir waren zuerst hier! Stell dich hinten an! Ähm, Amaya? Meine Damen und Herren! Liebe Kinder! Der fliegende Achterbahnzug ist jetzt... ...verschwunden! Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein! Ich hab mich schon so aufs Fliegen gefreut! Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis! Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären dann noch mehr Gleise gewesen! Und jetzt sind sie weg! Gleise, die verschwinden! Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Ja! Greg wird zu! Gekos! Ja! Connor wird zu! Catboy! Amaya wird zu! Eulett! Die PJ Mest! Na los, na los, na los! Zum Eulengleiter! Hey, warte Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen! In Ordnung, guter Punkt! Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs! Schon gut! Dann zum... Kastenflitzer! Ich weiß! Dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann! Kommt schon, Jungs! Lasst uns los! Kommt schon, Jungs! 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 Ich kann die Präherze wieder einsammelt! Aber, Romeo, du brauchst diesen Zug nicht! Wir können dein Labor für dich einfahren! Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor hab? arlos auf! Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen, und werde der schnellste Schokke der Welt! Aha, hab ich dich gefunden, Labor. Auf Wiedersehen, Pyjama-Helden. Dieser Zug ist für euch abgefahren. Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufangen, sonst macht er den Zug noch gefährlicher. Alles klar, Eulett. Romeo, wir kommen. Autopilot. Ist ja Wahnsinn. Und wow, der Zug ist wirklich cool. Ha, ich hab dich fast schon erreicht, ungezogenes Labor. Ha, diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste. Los geht's, Pyjama-Helden. Lasst uns Romeo aufhalten. Super, Eulenflügel. Eulett. Wow, ich war fast schon Vogelfutter. Danke, Catboy. Nur keine Eile. Wir werden es schaffen. Hey, schleichen wir uns langsam an ihn ran. So ganz, ganz, ganz sachte. Warum sachte? Lasst uns einfach los. Wow. Wow. Eulett. Alles okay. Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich geh lieber auf Nummer sicher. Entschuldigt, Jung. Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir auf seinem Dach sind. Schon okay. Neue Idee. Wir jagen Romeo gleichzeitig. Er kann uns nicht alle drei aufhalten. Okay, auf drei. Wir springen und rennen. Eins, zwei, drei. Komm schon, Eulen. Nein, warte. Wow. Oh, warum, warum, warum habe ich nicht auf Catboy und Gekko gehört? Romeo hat fast ein Labor erreicht. Alles nur, weil ich so in Eile war. Eulett! Geht's dir gut? Ja. Tut mir leid. Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt. Und es hat nicht funktioniert. Schon gut. Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren. Jetzt ist erstmal der Roboterarm dran. Super Gekko-Muskeln! Dafür hab ich jetzt einen Plan. Und damit er klappt, werde ich diesmal warten. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Hä? Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden. Aber nicht mehr lange. Schnell, was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer. Und wir werden es gemeinsam tun. Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste. Gekko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers. Verstanden, Eulett! Dann bin ich an der Reihe. Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenleger, sodass der Zug anhält. Ohne Schienen kann der Zug Romeo's Labor niemals einholen. Toller Plan, Eulett. Ich glaube, das klappt. Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt. Los, PJ Masks! Nicht vergessen, Eulett, keine Eile. Du bist dran, Catboy. Ich werde, ihr wisst schon, warten. Okay, mein Turboschienenleger. Mehr Schienen, mehr Schienen! Super Katzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Locker und lässig. Das war Wurdeulett! Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo! Gekko, los, blockier den Turboschienenleger! Nein! Wow! Super einigen Griff! Haltet euch alle an mir fest! Ich schaff das! Super Gekko-Munkel! Siehst du, Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja. Ich hab vielleicht meinen Zug verloren, aber dich hab ich noch mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf dem Jahrmarkt glücklich machen. Nächstes Mal besiege ich euch, Pyjama-Helden. Hä? Er hat sich nicht mehr für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gekko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Ja, los geht's. Es ist gleich soweit. Ich war zwar schon mal auf dem Zug, aber dieses Mal wird's bestimmt noch toll. Ja. Ja. Hey Leute, ihr dürft zuerst. Echt jetzt? Danke, Amaya. Ich warte gern. Viel Spaß dabei. Es geht ziemlich schnell. Zeitlupengecko. Oh, Craig. Die Glocke hat geläutet. Hä? Seht mal, was ich Tolles mit dem Ball mache. Ja. Ja. Oh. Hey, Ball. Komm zurück. Craig. Der Lehrer wird jeden Moment hier sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Schaut's. Bilde ich mir das nur ein oder läuft er wirklich sehr langsam? Ja, super langsam. Es wird schon dunkel sein, bis er hier ist. Seht. Er ist nicht der Einzige, der sich in Zeitlupe bewegt. Was ist hier los? Heute Nacht finden wir's raus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Oilette. Ja. Greg wird zu. Dekko. Ja. Connor wird zu. Catboy. Die Stadt wirkt sehr ruhig. Zu ruhig. Schaut mal. Romeo. Was führt der in Schilde? Was es auch ist. Wir lassen es ihm nicht durchgehen. Zum Gekko-Mobil. Das ist der Platz. Hat jemand Romeo gesehen? Hey, Kätzchen. Nicht so schnell. Geschnallt? Leider nicht. Dann seh zu. Oh nein. Was tut er dieser armen Katze an? Der Katze geht's gut. Sie bewegt sich nur in Zeitlupe. So wie der Lehrer und der Schmetterling heute früh. Romeo benutzt diese Uhr am Labor, um alles langsamer zu machen. Nicht mehr lange. Gecko, du schleichst dich von hinten an und zerstörst diese Uhr. Oilette und ich lenken ihn ab. Alles klar. Super, Gecko-Tarnung. Warum machst du alles langsamer, Romeo? Die PJ Masks. Das wurde aber auch Zeit. Geschnallt? Zeit. Ich bin heute in Westfork. Das sind sie in der Tat, Meister. Ach ja, findest du? Ich mache nämlich alles langsamer, weil dann alle zu langsam sind, um mich daran zu hindern, die Welt zu erobern. Und sobald ich meine Uhr im Stadtzentrum abgestellt habe, wird die Explosionswelle jeden treffen. Und dann sind alle für immer langsam. Hä? Cool. Ich bin ein Genie. Habe ich euch doch gesagt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Das glaube ich nicht, Romeo. Gecko, jetzt! Wo ist er? Jetzt! Jetzt! Gecko! Ich habe mir die Katze angesehen. Die ist echt cool. Netter Versuch, Schnarchnasen. Ups. Er ist entkommen. Was ist passiert, Gecko? Ich habe mir die Katze angesehen. Die ist wirklich cool. Aber Gecko, Romeo ist entkommen. Du musst dich konzentrieren. Macht euch keine Sorgen. Ich habe einen Plan, wie wir ihn aufhalten können. Mit dem Gecko-Mobil haben wir die Möglichkeit, direkt zu Romeos Labor zu fahren, ohne dass er uns sehen kann. Schaut, da ist das Labor. Gecko-Mobil-Tärnung. Hörst du auch was? Negativ. Sicher wieder diese PJ Masks. Oh nein, ein Vogel! Husch, Vogel, flieg weg! Na los, los! So was sieht man nicht alle Tage. Moment! Das sind die PJ Masks! Jetzt habe ich sie endlich! Er kann uns sehen. Gib Gas, Gecko! Seht mal den Vogel. Schliegt er oder sitzt er? Wer weiß. Vergiss den Vogel! Schau! Oh nein! Ich wünsche euch mehr Glück beim nächsten Mal! Wenn Romeo das Stadtzentrum erreicht, macht er die ganze Stadt super langsam. Ihm nach, Gecko! Das klappt nicht. Das Gecko-Mobil fährt nur noch an Zeitlupe. Dann müssen wir Romeo wohl zu Fuß verfolgen. Oh! Kommt mit! Müssen wir nicht ins Stadtzentrum fahren? Oh, zu die Eile! Wir haben doch genug Zeit! Haha, geschnallt! Äh, er gönnt sich eine kleine Pause. Okay, das ist der Plan. Wenn wir uns aufteilen, kann er uns nicht alle langsamer machen. Eulette und ich greifen Romeo direkt an. Und du, Gecko, versteckst dich, bis ich dir das Signal gebe. Alles klar. Diesmal lasse ich mich nicht ablenken. Okay, maximales Tempo! Und jetzt schau zu, Roboter! Nichts ist zu schnell für Romeo. Ein Frisbee in Zeitlupe? Das ist dir abgefahren! Du schon wieder? Gecko, Vorsicht! Lauf! Ah! Ups! Nicht schnell genug, Gecko! Mua! Ich muss lernen, mich nicht zu ablenken zu lassen. Bis dann, PJ Masks! Ich bin unterwegs ins Stadtzentrum. Glaub mir, das wird der Kracher! Alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut. Ich bin nur super langsam. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich mich nicht so leicht hätte ablenken lassen, hätten wir Romeo schon längst gefangen. Macht lieber ohne mich weiter. Niemals, Gecko! Wir sind ein Team! Du hast recht, Catboy! Ich bin langsam, aber wenn ich mich konzentriere, kann ich mithelfen. Dann mal los! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Äh, Leute! Jemand von euch muss mich tragen, bitte! Eulett! Du lenkst Romeo ab und ich kümmere mich mit meiner Super-Gecko-Stärke um diese Uhr. Catboy, wenn es Eulett erwischt, dann liegt es an dir, Romeo abzulenken. Na gut, aber du bewegst dich immer noch in Zeitlupe. Wie willst du da die Uhr erreichen? Keine Sorge, diesmal lasse ich mich durch nichts ablenken. Du schon wieder? Zeit, dich ein bisschen langsamer zu machen, Piep-Matz! Das werden wir noch sehen, Romeo! Ah! Ah! Ja! Keine Ablenkungen diesmal! Ihr habt mich fast erwischt, Meister! Hör auf zu jammern und hilf mir, sie einzufangen! Nur ein bisschen schneller! Ah! Mich kriegst du nicht, Roboter! Flatterne Federn! Er hat sie erwischt. Ich muss Romeo ablenken, bis Gecko diese Uhr gestoppt hat. Aber Meister, ich hab sie doch schon geschnappt. Beschwerst du dich wieder? Hauptsache, wir haben das Spatzenhirn langsamer gemacht. Fang mich doch, wenn du kannst, Romeo. Super-Katzen-Tempo. Hör auf, mich abzulenken. Ich muss noch diese Stadt langsamer machen. Du schon wieder? Aber diesmal lenkst du mich nicht ab. Super-Katzen-Sprung! Ihr kommt zu spät, PJ Masks? Jetzt verlangsame ich die ganze Stadt! Oh nein! Leute, das nenn ich ne Party! Das wird der Kracher! Super-Gecko-Muskel! Was? Yay! Du hast es geschafft, Gecko! Wie bist du raufgekommen? Du bist doch noch langsam! Ja, ich bin langsam, aber ich hab mich nicht ablenken lassen. Und war rechtzeitig hier oben. Oh-oh! Ja! Ja! Schluss mit langsam! Seht her! Tanzen, Go-Go, den Gecko-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go. Ich hasse diesen Go-Go-Go-Go-Go-Go, ihr verflixten PJ Masks. Meine Zeit wird kommen! Meine Zeit wird kommen! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Hallo, Greg! Hallo, Leute! Du hast den Ball mitgebracht. Zeigst du uns den Trick? Na, Logo. Aber erst später. Jetzt ist Zeit für Unterricht. Du hast recht. Sehr gut, dass du dich nicht ablenken lässt. Danke. Super langsamer Abklatscher. Ja. Catboys Wolkenkrise. Ja. Ja. Habt ihr? Ich krieg euch. Oh, arme Katze. Sie hassen es, nass zu werden. Wir nicht. Kommt schon. Ab in die Sprinklern. Was ist so toll an Sprinklern? Es ist doch nur ein bisschen Wasser, Connor. Ich weiß. Es hat mir aber gerade Spaß gemacht, Fang zu spielen. Ja. Vielleicht versuchst du nur ein kleines bisschen nass zu werden. Es ist schön kühl. Aber mir ist nicht heiß. Okay. Aber du verpasst was. Ich komme. Hä? 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 Was ist passiert? Hey! Wieso kommt kein Wasser mehr? Hä? Hä? Was ist hier los? Wo kommen die Wolken her? Was ist passiert? Es ist so kalt. Was? Wenn es so schrecklich kalt bleibt und wir nie wieder draußen spielen können? Keine Angst. Das wird nicht geschehen. Wir müssen rausfinden, woher diese Wolken kommen. Folgen wir dem Schlauch. Der führt zu dem Tank, in dem das Wasser für die Sprinkler gelagert wird. Und der ist jetzt leer. Aber warum waren die Wolken in dem Tank? Und wer hat sie da reingesteckt? Eine Motte, das bedeutet Luna Girl. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Oilette. Greg wird zu. Gekor. Ja. Connor wird zu. Catboy. Wenn wir nicht wollen, dass noch mehr Wolken auftauchen, müssen wir Luna Girl finden. Schauen wir nochmal beim Sprinkler-Tank vorbei. Vielleicht finden wir einen Hinweis. Zum Katzenflitzer. Das war ich nicht. Hey, das kommt von da hinten. Das ist Luna Girl. Was macht sie denn da? Mondkräfte, erschafft Wolken. Und bewegt sie in den Tank. Was soll das, Luna Girl? Was für eine Überraschung. Ich wusste, es würde nicht lange dauern, bis ihr wieder eine eurer ach so guten Taten vollbringt. Warum machst du so schlechtes Wetter? Es konnte heute niemand spielen. Das ist Sinn der Sache, Eidechsenfuß. Ich kann nie im Sommer draußen spielen. Also verdunkle ich mit meinen schwarz-grauen Wolken die Sonne, damit ihr es auch nicht könnt. Du kannst mit uns spielen. Hab dich. Fröhliche Tagspielchen mit den super peinlichen Pyjama-Helden? Das heute war erst ein Test. Aber wenn der Tank voll ist, lasse ich alle Wolken auf einmal raus. Und der Sommer wird vorbei sein. Nie wieder Sommer? Das wäre ja grauenhaft. Ihr beide lenkt Luna Girl ab. Und ich klaue ihren Magneten, kehre ihn um und sauge alle Wolken zurück. Ach ja? Du glaubst, du kannst meinen Mondmagneten stehlen, hä, Catboy? Tja, dann schau, was ich für dich hab. Als ob Wolken mich aufhalten könnten. Naja, ich weiß, wie Wasserscheukatzen sind. Und das da sind Regenwolken. Mondkräfte, schick diese Wolken zu Catboy! Keine Sorge, haltet euch nur an den Plan. Ich kann das schaffen. Okay, Catboy. Sei stark! Wow, vielleicht schaffe ich es doch nicht. Ah! Und jetzt, Wolken. Regnet auf Catboy, wo immer er hingeht. Ja! Ha! Ah! Nein! Ah! Ah! Wow! Catboy, was tust du denn da? Wir brauchen dich! Hol endlich den Mondmagneten! Haut ab, ihr grässlichen Wasserwolken! Eulett, du lenkst Luna Girl ab und ich helfe Catboy! Super, euren Flügel! Hier oben, Luna Girl! Fang mich doch! Hey! Gekko, mach schnell! Ich komme, Catboy! Komm schon, Catboy, du kannst es! Ah! Mondkräfte, verwölf diese Eindekse! Tu sie runter, ich kann nicht sehen! Ha, 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 ha! Ah! 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 Motten, schnapp sie euch! Wow! Husch, husch! Catboy! Ah! Ah! Unter von mir Wolke! Wenn ich nur diesem Regen entkommen könnte! Äh, tsch! Ah! Mein Mondmagnet! Lauf, Catboy, lauf! Komm schon, Catboy! Oh ja! Catboy saust wie der Wind mit seinen Super... Es ist nass, es ist nass! Catboy, ich komme und helfe dir! Mondwort! Meer, Wolke! Meer, Wolke! Ah! 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 Super-Eulen-Flügel! Nein, 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 Wasser! So nass! Oh, warum ich? Warum Regen? Catboy, hör auf, dir Sorgen zu machen, ob du trocken bleibst! Stoppen wir Luna Girl nicht vor Sonnenaufgang, wird sie den ganzen Himmel verwolken! Es tut mir leid, ich bin total wasserscheu! Aber du hast recht, ich lasse euch nicht nochmal im Stich! Dann nichts viel los! Ah! Mondkräfte! Macht diese Wolke größer und mit mehr Regen! Sie soll Catboy überall hin verfolgen! Ich sehe ihn gern wie ein verschrecktes Kätzchen rumrennen! Ich schaffe das! Ich schaffe das! Oh, ich schaffe es doch nicht! Nicht wegrennen, Catboy! Ich brauche dich, um Luna Girl zu stoppen! Und keine Angst! Es sind doch nur ein paar Tropfen! Mondkräfte! Verbeug sie! Oh! Wo bist du, Luna Girl? Tu sie runter! Oh! 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 Catboy! Catboy, unternimm was! Damit kommst du nicht durch, Luna Girl! Oh! Oh! Oh, ich glaube doch! Solange du eine dumme, kleine Mieze-Katze bist, die Angst davor hat, nass zu werden, kannst du nichts daran ändern! Und das bedeutet, ich gewinne! Ich gewinne! Wolken! In eine Reihe und umkreis diesen Katzenjammerer. Nein, nein, ja! Ha! Jetzt kann ich zurück und den Tank mit mehr Wolken füllen. Mondkräfte! Erschafft mehr Wolken! Und steckt sie in den Tank! Hilf uns! Ich kann es schaffen. Nass werden ist schlimm. Aber noch schlimmer ist es, seine Freunde hängen zu lassen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo! Pyjama-Helden, ich komme! Schneller als ein Blitz! Wow! Der unglaubliche Catboy blitzt unter den Wolken durch. Wow! Erschafft es, dass sie ihm alle folgen. Was? Warte! Was machst du da? Wenn ich nass werde, Luna Girl, wirst du es auch. Ah! Ich bin klatschnass! Halt! Ah! Aufhe! Nein! Ja! Habin! Jetzt muss ich das Ganze nur noch umkehren. Hey! Ja! Es funktioniert! Wow! Gecko, schnell. Hilf mir, die Wolken aus dem Tank zu lassen. Alles klar, Catboy. Super-Gecko-Muskel. Erledigt. Alle Wolken sind weg. Und wir haben den Sonnenschein gerettet. Gib das wieder her. Nein. Mein Mondmagnet. Jetzt kann ich ihn nicht mehr benutzen. Ich repariere ihn. Und nächstes Mal kriege ich euch Pyjama-Helden. Du hast es geschafft, Catboy. Wir wussten, du kannst es. Nass zu werden ist eigentlich gar nicht so schlimm. Besonders, wenn man damit seine Freunde retten kann. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Ich hab dich gleich. Oh, oh. Wasser. Echt jetzt? Du magst es immer noch nicht? Nein. Aber das heißt nicht, dass ich euch damit nicht da spritzen kann. Das heißt nicht, ob er dir. Aber das heißt nicht, wie auch nicht. Aber das heißt nicht, wie auch nicht es ist. Vielen Dank.